Willkommen bei Seenluft24 die Woche mit den wichtigsten Meldungen der letzten Tage. Die aktuellen Corona-Beschränkungen im OSL-Kreis haben Auswirkungen auf die Buslinien. So gilt seit dem 17. Dezember der Ferienfahrplan. Wie das Landratsamt schreibt im Falle ab sofort auch der komplette Wochenendverkehr. Davon betroffen seien auch die Stadtlinien in Senftenberg. Die Regelung gelte vorerst bis zum 10. Januar 2021. Ab dem 21. Dezember entfallen zusätzlich weitere Fahrten. Mehr dazu finden Sie auf der Homepage der Verkehrsgesellschaft OSL. Feuerwehreinsatz in Kroppen. Freitagvormittag wurden Einsatzkräfte in die Heinersdorfer Straße gerufen. Dort hatten Augenzeugen erhebliche Rauchentwicklungen aus einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Laut Polizei brannte Sperrmüll im Bereich des Dachstuhls. Nach etwa zwei Stunden war das Feuer gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach einer Statikprüfung wurde festgestellt, dass das Gebäude weiterhin bewohnbar ist. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werde, ermittelte nun die Kriminalpolizei. Kinder und Jugendliche aus dem OSL-Kreis können ab sofort ein neues Sorgentelefon nutzen. Es ist täglich zwischen 10 und 20 Uhr erreichbar und arbeitet vorerst bis zum 10. Januar. Laut Nadine Ferchow, AWO-Sozialarbeiterin in Ruhland, würden Jugendlichen Orte und Gelegenheiten zum Reden fehlen. Deshalb sei das Team jetzt telefonisch für sie da. Zudem sei auch ein Online-Jugendclub, am Start. Erreichbar ist dieser unter baustellejugend.de. Die Stadt Senftenberg hat einen Spielplatz in der Steigerstraße rund erneuert. Die Anlage an der Grundschule am See erhielt unter anderem eine neue Doppelschaukel und eine neue Spielkombination. Außerdem wurde der Spielsand ausgetauscht. Die Gesamtkosten liegen bei rund 37,5.000 Euro. Die Arbeiten waren Teil des Programms Kinderfreundliche Kommune. In einem Workshop konnten Mädchen und Jungen zuvor ihre Ideen einbringen. Genutzt wird der Spielplatz auch vom Kinderschutzbund und der Hortbetreuung der Schule. Die Bergbauvollgesehen in der Lausitz wurden in diesem Jahr mit über 58 Millionen Kubikmeter Wasser geflutet. Das ergab die jüngste Hochrechnung der LMBV-Flutungszentrale. Hauptspender sei die Spree mit mehr als 39 Millionen Kubikmeter. Die Schwarz-Elster steuerte rund 12 Millionen Kubikmeter bei, vor allem in den niederschlagsreichen Monaten. Abnehmer war unter anderem der Großrechner See mit ca. 1,6 Millionen Kubikmeter. Etwa 6 Millionen Kubikmeter wurden in den Sedlitzer See eingeleitet. Menschen über 60 Jahre und Menschen mit Vorerkrankungen haben seit dieser Woche Anspruch auf drei kostenlose FFP2-Masken. Das Interesse daran war am Dienstag auch in der Kreisstadt groß. Dazu Apothekerin Carla Luhan. Ja, bei uns in der Rathaus-Apotheke gab es auch einen regelrechten Ansturm auf die Gratismasken. Logischerweise möchten alle ihre drei Masken abholen, die ihnen bis 6. Januar zustehen. Leider hat uns das Ganze sehr unbevorbereitet getroffen, wie die anderen Apotheken natürlich auch. Erstmal hieß es ja, wir kriegen Masken geliefert, die wir nur verteilen sollen. Dann hieß es, wir sollen die Masken selber besorgen. Wir haben dann natürlich händeringend versucht, Masken, FFP2-Masken mit guter Qualität zu bekommen. Aber das ist so ein bisschen dieser Klopapier-Effekt. Wenn alle Masken kaufen wollen, dann gibt es natürlich nur eine begrenzte Zahl. Wir haben jetzt auch wieder Masken vorbestellt. Konnten den ersten Tag vielen Menschen zwar eine Maske schon mal vorab mitgeben von ihren berechtigten drei Masken. Aber viele, viele warten natürlich auf die nächste Lieferung. Damit es im Januar dann aber, wenn die Krankenkassen ihre Coupons rausschicken, nicht so chaotisch läuft, würde ich wirklich die Patienten bitten, vielleicht auch vorher in der Apotheke kurz anzurufen, ob die nächste Lieferung schon angekommen ist. Sonst stehen die Schlangen vor der Apotheke nur zum Fragen, ob es schon Masken gibt. Und jetzt haben wir noch einen Tipp für Weihnachten. Das Weihnachtsmärchen aus dem Museumsschloss und Festung Senftenberg kommt in ihre Wohnzimmer. Obwohl die traditionellen Weihnachtsangebote ausfallen, sollen Museumsfreunde nicht komplett auf den Weihnachtszauber im Schloss verzichten. Deshalb spielt das Wandertheater Schwalbe im Museum Grimms-Klassiker Hänsel und Gretel. Produziert wurde das Stück gemeinsam mit Weihnachtsgrüßen von Landrat Sigurd Heinze von uns von Seenluft24. Sehen können Sie das Märchen ab Dienstag bis zum 29. Dezember täglich auf allen Kanälen von Seenluft24 und unter museums-entdecker.de. Die kommunale Wohnungsgesellschaft Senftenberg, kurz KWG, hat ein weiteres Gebäude in Ortrand neu gestaltet. Das Haus im Grenzweg 13 bis 17 erhielt eine Fassade in räumlicher 3D-Gestaltung. Damit haben jetzt alle drei KWG-Gebäude im Ortrander Grenzweg attraktive Außenansichten. Das Konzept entwickelte die Firma Graco urbane Lebensraumgestaltung aus Berlin. Die Künstler schufen damit einen echten Hingucker, so die KWG. Die farbige Grundgestaltung der Außenflächen übernahm Ico je aus Schwarzbach. Im kommenden Jahr plant der Vermieter in Ortrand die Fassadensanierung und zusätzliche Balkonanbauten in der Ponikauer Straße 20 bis 24. In der Pulsnitzstadt sowie in Guteborn, Grünewald, Hermsdorf und Lipsa investiert die KWG 2021 rund 750.000 Euro. Außerdem präsentiert die KWG in Senftenberg wieder Weihnachtsgrüße. Überbracht werden sie von Maskottchen Karlchen mit einer Bildprojektion an der Kreuzung Briesker Ecke, Wilhelm-Piek-Straße. Gleichzeitig wünschen Geschäftsführer Roland Osiander und die Mitarbeiter von KWG und BMA ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Das war das letzte Mal die Woche in diesem Jahr. Wir wünschen Ihnen alles Gute und jetzt kommt das Wochenendwetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Sonnabend und Sonntag bescheren uns ein Wochenende beinahe wie aus dem Bilderbuch. Am Samstag ist es nur leicht bewölkt und trocken, Sonntag zeigt sich dann viel Sonne und Niederschläge sind nicht in Sicht. An beiden Tagen liegen die Höchstwerte bei 8 Grad. Montag ist es bedeckt und leichter Regen ist möglich bei maximal 7 Grad. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Energie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017